Und den kriegen wir hier. Super! So, da würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal eine Pause und gehen rüber zum... Werden 64 reichen? Ich weiß nicht. Ich lasse das hier mal stehen, Leute. Falls es nicht reicht und wir weitermachen müssen. Aber ich würde zumindest aufrollen. Unser Ventar mal. Das Altholz können wir gleich hier reinpacken. Super! Äh, und die Hacke wieder aufräumen. Machen wir auch. So. Dann geht's jetzt rüber zum Pilzdorf. Pilzlichte verteilen. Das jetzt übrigens ist das YouTube Audio-Bibliothek, Leute. Harvest Time. Von Silent Partner. So. Dann geht's mal wieder. so fangen wir gleich mal unten an leute unten hatten wir ja noch welche hier unten genau okay also hier dann die bis oben hier waren zwei hier einer und hier einer so müssen das zwölf sein ja genau super so lassen wir das leute dann gehen wir wieder nach oben hier 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 wieder Saleparten Leute, also wieder Audio YouTube, Audio Bibliothek und zwar Cruiser So, das letzte hier So, 30 müssen wir haben, wir haben 30, super, dann habe ich keines vergessen und alle eingesammelt So, mal sehen, ob Raben Kind hier irgendwo ist Oder Liasha, ich glaube die beiden müssten eigentlich schon wieder irgendwo Stiften gegangen sein Wir wissen ja vom Hausmeister, dass er irgendwo unten festhängt Hier wäre es, Liashas Platz, also Liasha ehemals Zelandria Ich höre einen Ich glaube ich höre sogar zwei Ich glaube sie sind beide über uns Da ist Raben Kinds Platz Ja, müssten über uns sein So, auch hier sind wir fertig, Leute Super Beide Aha Nein, der ist der Hausmeister Und Raben Kinds Waren Liasha diejenige, die draußen herumgegeistert ist? Aber was hat Raben Kinds mit dieser Dusche? Immer wieder bleibt er da hängen Sehr, vielleicht finden wir Liasha auch noch Vielleicht schläft die gerade in einem der Betten Nein, zumindest nicht hier Hä? Wird das eingesammelt? Ja Habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich Naja So, das war's mit den Pilzlichtern hier Gehen wir nach oben Hier müssten auch noch ein paar sein Genau So, das Ich glaube das war's tatsächlich, Leute Hm Ich glaube das war's tatsächlich Hm Ah, fast Ah, ich hab's noch vorhin geschafft Na Zu früh Zu früh Ja Zu weit nach vorne wieder Zu früh Jetzt So So, ich hab's noch nur so gemacht, Leute Damit die Dorfwohner hier nicht Hängen können Also der Hausmeister und so Okay, weil zumindest hier oben scheint niemand zu sein Gehen wir wieder runter Auch hier niemand Hier niemand Und hier niemand Okay, wo ist Liasha? Die ist schon wieder stiften gegangen Setzen wir sie mal zurück Wenn wir eh schon mal hier sind, Leute So, hier ist Liasha So, also Data Get Entity At E Mit Limit Gleich Eins Und Name Gleich Zelandria Okay, wo bist du? Position 870 248 800 Okay 800 Da drüben 800 Und dann war das Bei 248 Das waren 48 Also in dieser Richtung Äh Dort draußen Irgendwo Welche Höhe? 70 70 Also 54 Blöcke Unter uns, Leute Ist irgendwo im Wald Okay Die holen wir Wir wieder zurück Jetzt bin ich hier beim Rabenkind Wieso bin ich beim Rabenkind? Hier So Okay Das ist jetzt 781 267 Ungefähr So, also TP Et E Limit Gleich Eins Name Gleich Seelandria Nach Ja, jetzt weiß ich die Position nicht mehr Ich mach mal kurz Oh Das ist so jetzt nicht gewollt Ah Das ist ne Falle Hier sind alle Tiere Gefangen Und das andere Ja auch Okay Ein Kuh Ein schwarzes Schaf Oder dunkelgraues Schaf Ein Ein Schwein Und Liage Eigentlich wollte ich sie jetzt so wie teleportieren Ich hatte vergessen Es stand ja auch da, Leute Ungültiger Befehl Glaube ich stand da, oder? Ungültiges Befehlsargument Genau Und deswegen dachte ich nicht, das würde funktionieren Es hat aber funktioniert, weil er wahrscheinlich einen Trim drauf gemacht hat Also das Leerzeichen am Ende entfernt Und da war es plötzlich wieder ein Also Hier Leerzeichen entfernt Und dann war es wieder das Wenn ich auch tatsächlich nach oben gehe, Leute Ist das der Befehl, den er ausgeführt hat Er hat den Befehl mit Trim als ausgeführten Befehl gespeichert Ohne das Leerzeichen am Ende Das ist natürlich ein bisschen ungünstig So Ich mach das jetzt einfach so, Leute So So Und die anderen beiden wissen wir ja, wo sie sind So Auch Rabenkind darf wieder arbeiten Okay, ich hätte es vielleicht so machen sollen Dusche ist vorbei Interessant, dass Rabenkind seinen Beruf verloren hat Aber es ein anderer Ihren Beruf immer noch hat Naja So Und auch der Hausmeister wird befreit, Leute So So Ich mach aber Äh Noch hin Mit Distance Gleich Äh Mal 50 Ja Das ist der Oder geht sofort wieder runter Hallo Du sollst nicht Okay Geht dort Ach egal, Leute Gehen wir einfach Wir sind fertig Wir haben noch 14 Pilzlichter Das ist doch gut, dass wir den ganzen Stapel gemacht haben Das heißt, die Beleuchtung ist abgeschlossen, Leute Jetzt hätte ich noch zwei Punkte auf meiner To-Do-Liste Damit das Pilzdorf fertig ist Der eine wäre Ähm Das Eisengolems im Pilzdorf zu spawnen Oder andere wäre Ein Markt zu bauen Auf dem die Dorfbewohner dann auch tatsächlich sind So So Wirst du was Ich packe Also die hier nehm ich wieder mit Aber ich lass die Pilzlichter mal hier Genau Genau, die lass ich mal hier Schade Hat mich doch erwischt So Jetzt würde ich geschossen Hättest du das Gläpppferd Du wärst dran gewesen Hab ich ihn erwischt Nein, hab ich nicht Wo ist denn mein Pfeil Ach doch, ich hab ihn erwischt Und durch den Regen hat das aber Feuer wurde das Pfeil gelöscht Deswegen hat er überlebt Okay Ich weiß auch noch nicht Was ich mit den Zwei Händel Lamaßel machen, Leute Vielleicht habt ihr ja eine Idee Was ich mit denen machen könnte Hier für das Dorf Naja So Mach ich Ich glaube ich möchte zuerst Eisengolems spawnen, Leute Oh, ein Gewitter Ich glaube ich möchte